Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video Leute, ich mach gleich auf öffentlich, warte, dass ein Abonnent beitrete, dann werden wir ihn mal scammen Leute und so als Prank, wir werden ihn pranken, am Ende geben wir ihn natürlich alles zurück und so, aber so dass er richtig den Schock bekommt, dass wir Scammer sind und sowas, das wird zu lustig, am Ende geben wir alles zurück und ich würde sagen, tragt nochmal Creator Code Max Kaske im Item Shop ein, ich würde mich darüber riesig freuen, hier ist er Leute und dann gehen wir jetzt hier rüber, zu Rette die Welt und ja, let's go Leute. So Leute, wir machen jetzt auf öffentlich, wir sind gerade in Rette die Welt auch schon drin, dann warten wir mal bis der Erste beitretet. Hallo? Oh, hallo, hallo. Bist du der Echte? Nein. Bist du nicht der Echte? Ne, wen meinst du denn? Du bist der Echte. Hä, wer, was, wer, wo? Ein YouTuber. Welcher YouTuber? Max Kaske. Achso, ne, das ist mein Bruder. Echt? Ja. Ich hör dich doch, an der Stimme. Ja, wir sind halt Brüder, deswegen ist die Stimme gleich. Dann seid ihr Schwillinge, ihr müsst dann gleich alt sein. Hä? Er meinte ich ja auch eigentlich. Hat Marc Rieber auch nen Bruder? Ja. Einen Zwillingsbruder habe ich. Hast du immer, hast du immer noch die ganz vielen Nox, die dir geschenkt wurden, richtig viele feine, Alter? Ja. Ja. Der hat dir viel Geschenke. Jo, willst du dich abschalten? Ja, genau. Ich mache mal in der Base rein, hier von meinem Bruder. So, komm mal mit, ich kann das dann hier in der Box schalten. Welche Seite möchtest du? Na egal. Was ist das eigentlich für eine Box, hä? Ja, alles muss man sein, meine Selfies, so. Wie viele Nox hast du richtig viele, oder? Ähm, ich habe noch im Lager viele, im Moment habe ich gerade nur die. Ähm, hast du, äh, Sonnen? Ja, gell? Ja. Ich habe alles gesehen, irgendwie hat er dir 6.000 Sonnengegeben, Alter. Und da war ein Scammer drin, gell? Der hat einfach, ähm, 144 Nox scampt, gell? Ja, das war schon öfters, was kann man drum. Die sind richtig selten, ich habe nur, wie viele davon eins? Äh, ich glaube im Lager habe ich noch zwei, ich habe 244 Nox. Wo der dir die Aktiven gegeben hat, hast du einfach gesagt, was? Ja, Mann, hab zwei Stück aus dem Lager wohl von denen. Ich dachte mir auch schon, woher hat der die so viele Geld? Ja, der hat echt viele. Alter, der reichster Spieler auf der Welt in Ratten, ja, Mann. So, hier sind, sind beide auf Fulegi und auf Energielement, die 244 Nox. Was brauchst du? Ähm, warte, ähm, ich schaue mal, was ich gebrauchen könnte. Hast du hier Schattenspilter oder Obsidian? Nee, gar nichts, nur 5, äh, Obsidian. Okay, ähm, hättest du sonst, was hättest du denn sonst? An Metz oder wie? Hm, Waffen. Äh, ich hätte hier eine, äh, brauchst du Phantom? Phantom, ja. Soll ich dir mal, soll ich dir mal meine, äh, Totenripper zeigen? Jo, harte, ja. Wild. Ich wollte dir direkt einschicken, weil ich dein Stream gesehen hab, da hast du ja deinen Namen, ein Epic verlinkt. Na, würd ich zu sehen, einfach. Guck mal, wer weiß, was richtig selten ist? Was dann? Mach mal auf, ich zeig dir die mal. Ich kann so haben. Äh, also, ich zeig dir die mal. Hier, guck mal, hier. Die hat so ein Plett, aber Doppel-Element, guck mal. Warte, ich hab mir die kurz dran. Jo, krass, der dann. Willst du die haben? Ähm, klingt schon nice eigentlich. Ist Doppel-Element eigentlich gemordet? Doppel-Element, ich glaub schon, ich bin mir selber nicht sicher, aber ich glaub schon. Weil ich hab so lange nicht mehr Rett die Welt gespielt. Ja, hat da die 244er Nox gedockt dann. Ich hätte, warte, wie viele Phantom hätte ich? Äh, also, 1, die ist aber nicht ganz voll, die ist 77 Splits, dann hab ich noch. Ja, die ist fast, warte, Herr Digger, was hab ich da getroppt? Oh, Digger, Spektra. Die ist fast voll. Äh, die ist voll und die ist voll. Okay, was ist denn noch sonst für Woffen? Guck uns mal ganz vertinken, welche. Wo, was? Ja, einfach nur Waffen hier messen, so brauch ich eigentlich keine mehr. Waffen brauch ich halt für dich. Ja, Digger, du hast so viele. Waffen nicht mehr. Ey, du hast 144 am Fallen, aber richtig viele, Alter. Fallen, ja. Pridecore ist selten, gell? Pridecore? Ja, das glaub ich auch. Ich hab nur 135 von dem. Sonnen hab ich aber viel. Hä, nein, du hast mehr Pridecore. Echt? Und Lager könnte sein, dass ich noch welche habe. Das stimmt schon. Weil der hat mir 2000 geschenkt, Alter. Alter, warum ist das so ein großer Ärmer, Mann, Gell? Ja, keine Ahnung. Kennst du hier die? Die hast du hier, hat jemand einen Stream benutzt? Wenn man so in die Ecke geht, dann fliegt man hoch. Ja, Mann, das ist auch krass. Guck mal, wie viele davon ich hab. Jo, krass, der Gamm. Egal, was hab ich da gekroppt. Melk-Konon. Ja, moin. Ja, moin. Brauchst du Spectre? Spectre, ja, könnte ich auch gebrauchen. Ich glaub sonst einmal was da hat, so ganz so funktionieren einfach. Ich kann das ja auch gehen. 4? Wenn ich nicht bringe. Spekt, da hab ich 4. Jo, geil. Moin. Also, Brauchst, Alter, ist ja selten. Der Natur. Naturschneebewerfer? Ich glaub schon. Ich weiß es aber nicht, das kann sein, dass es selten ist. Wie viel Sonne würde der kosten? Ich hab keine Ahnung, bei Preise, ich hab da echt keinen... Ich auch nicht. Ich würde 2k oder so sagen? Keine Ahnung. Ja, könnte sein. Ha, ich brauch halt Sonnen. Sonnen brauchst du, keine Nocturnus? Dein Invitar war einfach nur voll, Digga. Okay. Dein Invitar war einfach nur voll, Digga. Oha, Digga. 1k Sonnen. 1k? Aha. Ich weiß nicht, was ich da für gehen kann. Ich hab extra Platz gemacht, dass ich alles aufgeben kann. Sonst du mal von mal deine Waffen ganz und zutzen und dann hier... Ich hab echt nicht gedacht, dass du angehst, meine Freundschaft am Frage. Ja, ich mach mal an. Wie viele kriegst du eigentlich? So, so unterschiedlich jetzt gerade. Wie viele Sonnen würdest du geben hier für den Natur? 130. Ähm, komm, mach mir mal, ähm, 2k wohl, würde wohl gehen, oder? Warte kurz, würde gehen, 1k Sonnen und 1k Ifis? Ja, Digga, weil du ein Irrenmann bist. Irrenmann, Digga. So. Scam-er-wurde gescamt, Digga. Dein Ernst? Ja. Ey, Junge, echt jetzt? Ja. Hm? Warte, 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 willst du dazu sagen? Warum, Digga? Einfach so. Nee, Spaß, Digga, Spaß, 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 Spaß. Ich mach grad hier so Scam-er-Pranks am Zuschauer. Nimmst du auf? Ja. Willst du was jetzt machen mit den... mit den 2k... äh, 1k Dings und dann kann das? Warte, nee, ich schenk dir die. Äh... äh... Ähm... Echt jetzt? Ja, nimm das. Mann, Alter. Ja, was hast du erst mal gedacht, wo ich dich gescampt hab? Digga, ich hätte fast angefangen zu heulen, Digga. Alles klar, nee. Ist es okay, dass ich das hochlade? Ja, alles gut. Okay, danke schön, Digga. Komm mal. Nee, weiter, 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 ich weiter kann. Ah, das nicht, ja, okay. Hier kannst du auch noch haben von mir aus und hier auch noch auf euch, oh. Ja, moin, Digga. Alles klar. Boah, ich muss so lachen. Wie viele nocht hat der dir eigentlich insgesamt geschenkt? Ich weiß es nicht, ich muss mal im Lager schauen. Boah, ich musste so lachen, wo ich dich gescannt hab und du sagst so, dein Ernst, jetzt? Das war zu witzig. Weißt du warum, weil jeder scannt mich eigentlich immer. Oh, du arme, Digga. Und rett die Welt, Digga, alles, game, alles. Ja. Warum hast du mir hier deckt, also so viele Fallen gemacht? Ich weiß es nicht, ich hatte Langeweile gehabt. Einfach so Langeweile gehabt. Ja. Ich hab einiges an Doktor und das Worte, komm mal her. Also, bist du jetzt der echte oder nicht? Ja, ich bin der echte. Äh. Hier gibt die Kante auch wiederhaben. Sind nicht alle 144, aber auch 133. Digga, ich hab so wenig Platz, man. Brauchst du irgendwie so Schnittfranken? Schnittfranken? Ne, eigentlich nicht. Ah, der hat dir eine Kohle geschenkt, kann ich nur, weil ich brauch da oben. Kohle, okay, warte, davon hab ich nicht so viel, geht auch Sprengpulver? Äh, aber kann man das so kohlen? Nee, aber aus Kohle kann man Sprengpulver machen. Ja, ich brauch Kohle, weiß warum man, äh, für, ja, das kann ich halt gut trainen und so. Und für Munition, nee, für Munitionsformen ist nicht, oder? Ne, warum? Was braucht man? Nee, das braucht man einfach 100 Stück, der ja einfach 100 Stück von dem. Äh, die sind selten, gell? Und was ist selten? Kohle, da ist, aber wie viel Kohle hatte der, ja, das ist doch unmöglich. Ja, man, mir wurde sehr viel Kohle durch den Klinik. Aber die hat, glaub ich, gefragt. Kann der irgendwie duplizieren, hast du gefragt? Ja, einer, ich kenne einen, der kann irgendwie duplizieren, aber auch nicht so 100 Prozent, so. Ich muss ihm nochmal fragen. Ich finde, dann hast du eigentlich. Im Inventar habe ich gerade irgendwie 2,5k ungefähr und im Lager habe ich dann nochmal irgendwie auch noch ein paar Tausend. Irgendwie, ich habe gesehen, wo du auf Waffe bekroften warst, da habe ich gesehen, du hattest 6,5k. Ja, man, da war echt viel. Ich guck mal, jetzt gerade im Inventar habe ich 2,4k. Aber so wenig Platz, man. Wenn so ist, warte, komm mal, ja. Das brauch ich nicht. Brauchst du hierfür noch irgendwas? Oha, denn. Schau mal, nein, 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 ich hatte was gekauft. Könntest du mal alles rausnehmen, außer die Nocturne? Ich bin so ein... Also ist ja jetzt alles aufheben und dann die Nocturne stoppen. Na, okay, hier, gehen wir. Ah, Digga, Platz ist voll. Perfekt, haben ein Ziel erreicht. Dein Platz war so voll. Der müsste der Angst hier irgendwie so 800 Platz haben, um das alles zu haben, gell? Ja, im Lager haben die meisten ja auch noch sehr viel Platz. Ich habe nur 6,2 Glitzwaffen. Digga. Alter, wie viele Nocturne habe ich jetzt, oh my God. Und so müsst ihr sicher, ich glaube, das Video hochladen, ne? Ja. Okay, Ehre-Mann, also willst du noch was sagen im Video? Abonniert alle Max Kaske. Ehre-Mann, ja, Leute. Ihr habt es gehört. Lasst auf Ehre auch noch ein Like da und tragt meinen Creator-Code im IT-Show ein. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ja, das war's und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.